ein wunderschönes willkommen zurück wir waren dabei unsere base ein bisschen zusätzlich abzusichern können wir eigentlich wirklich auch jetzt mal demnächst auch irgendwie upgrade so langsam so erstmal wollten wir jetzt aber zack hier mehle mehle so auf geht's hier damit wir unsere base sicher bekommen die kann ich nicht höher platzieren das macht dann nicht automatisch muss ich mir wirklich im prinzip hier neuen setzen muss ich hier irgendwie im prinzip so ein so ein bisschen schräg setzen und jetzt kann ich den wieder gerade machen und hier neu ansetzen ja gut egal so sehr schön verletzen und sei selber dran ja okay frage beantwortet da verletzt man sich gut dran so kommen wir müssen gleich mal wieder fleisch brutzeln so mal gucken wie viele könnten wir noch ungefähr bauen stöcker wären knapp ne also egal komm mal hier wir machen trotzdem mal hier ein noch ohr fange ich dir an schon ein bisschen schräg zu setzen können dich an und für sich auch schon so setzen so und dann wie heißt es hier wieder mehr oder weniger gerade wären so gut bis dahin haben wir auch schon mal abgesichert das ist auch gut zack kann man kurz hier einmal hier so dann wie spät haben wir es jetzt wir haben 19 uhr wir haben also noch ein bisschen zeit dann komm mal her dann holen wir uns hier auf jeden fall mal ein paar bäumchen noch eben damit wir noch ein paar stöcker kriegen wie gesagt es wäre schon ganz gut wenn wir das vielleicht noch ein bisschen weiter bekommen diese komischen baumstämme nehme ich jetzt mal weg gesehen im dunkeln ganz oft aus wie solche hier ähm zombies die an irgendwo da rumstehen ist hier nicht auch noch irgendwo so einer gewesen war mal so kloppen wir hier noch ein bisschen was weg dann wie gesagt dann können wir gleich zusehen dass wir da ähm noch ein bisschen was zu bekommen dass wir zumindest so bis zum flammenwerfer vorne kommen das wäre schon so ideal ziel dass wir das bisschen flammenwerfer noch dicht bekommen vor der nächsten horde schon wieder düster oder kann sein haben dieses hier umgestellt von sommer auf winterzeit jetzt schon 19 uhr schon dunkel wird hier erstaunlich so hau weg die dinger hier zack da wenigstens auch schon gleich wieder sammeln das ist auch gut können wir nochmal unsere fallen wieder schön aufsetzen so nehmen wir hier einen großen baum noch eben weg die einen hier auch noch eben dann haben wir hier auch ein bisschen mehr freiraum ne dann sieht man hier ein bisschen mehr hier könnte man für sie auch noch mal ein zwei stück wegnehmen alle diese wirken hier die wachsen ganz schön struppig oh da war lag noch die äste vom baumstamm da deswegen kommt man so schlecht sehen gut dann würde ich nicht sagen wir rüsten die base hoch dann überstehen wir nach möglichkeit die horde und wenn wir das geschafft haben könnten wir morgen nämlich losgehen das richtung schule oder was unser nächstes ziel noch war ich glaube wir mussten irgendwie zur schule kommen und da irgendwie noch was weg holen so da ist nämlich schön alles abgesichert wie gesagt wird nicht ganz gerne so bis hier vorne das wäre schon ganz gut hier so an für sich haben wir nach quatsch haben wir soweit noch alles so zack kam hier so das zu erst mal so so setzen wir einen davor so so jetzt müssten wir nur noch den hier so bis dahin zu machen so dann ist die lücke da dicht der flammenwerfer ist erstmal geschützt das andere ist soweit nicht auch alles geschützt äh können wir jetzt überhaupt noch ja wir bräuchten noch ein ganz paar äste nach möglichkeit so zack da waren schon wieder ein paar äste mit bei und holen wir hier nochmal fix ein paar weg da hinten rennt ein tierchen so wir haben es jetzt 20 uhr dann würde ich sagen gucken wir gleich auf der anderen seite noch eben mit den spikes dass wie weit wir da jetzt waren ob wir das dazu hatten bis zum flammenwerfer aber ich weiß im moment nicht mehr hundertprozentig sonst hauen wir das da nämlich noch ey noch schnell zu dann haben wir das abgesichert dann könnten wir uns nämlich nochmal ordentlich was zurecht köcheln dass wir ein bisschen mehr wieder zu essen haben so das müsste jetzt gleich lang gehen mit Bäumen ey genug hier ne axt auf den baum gekloppt so oh guck mal hier nett sehr schön guck mal hier sehr gut können wir die gleich wieder jo können wir sehr schön hier können wir eigentlich dann auch mal ne zack den wieder hinstellen ihn hier auch noch eben so hier die hier sind auch schon wieder da was da los warum kamen da auch einmal so viele war so eine kleine vorhorde da ist es natürlich cool ne wenn du solche waffen hast dass die die natürlich früh genug bescheid geben ach so das waren nur die so einen pilze ne so wir waren nämlich brauchst doch nur da hingucken dass sie dann siehst immer genau bis wohin der schieß wir waren bis hier hin gekommen so äh quatsch da muss ich hin zack zack mhm ok was fehlt denn jetzt schon wieder ach so die bearbeiten baumstämme ah toll ist hier denn schon alles soweit nachgeladen ja ne ja das sind alle ja gut das ist minimal obwohl hier ich hab die steine ja ne komm mal hier so hier könnten wir an für sich auch noch eine Mauer hinziehen ne ein Fenster oder sowas nochmal drin ne dann wären wir da nicht auch weitestgehend geschützt äh komm mal hier wall wand dafür brauche ich holzbrett und holz das nehmen wir mal mit paar bearbeitete baumstämme können wir nochmal schnell machen so ein bisschen holz machen wir auch gleich nochmal hier batzkog an paar holzbretter können wir uns auch nochmal zulegen komm mal hier wir können mal wir haben so viele ranken hier ein paar äste noch machen so so build wall wand mit durchbruch würde ich sagen zack da könnte man auch noch so einen hinsetzen nochmal ne also egal das lassen wir erstmal so so was brauchen wir da zum upgrade bearbeiteter Stein, Ziegel, Zement und Stinger die holen wir gleich auch nochmal aber erstmal will ich eben schnell hier build äh zack Quatsch da Mehle Stachelzaun sieben Stück können wir mhm eins zwei drei vier hier so so für sich wird das so glaube ich reichen ne so müsste das auslangen dann haben wir die Ecke hier zu da kommt so schnell keiner mehr lang so dann geht es nun weiter dann kommen wir jetzt hier zu den Stein da zack Ziegel, zack bearbeiteter Stein so hier nehmen wir Kalkstein mit ich weiß nun gar nicht mehr was wir ja noch alles für Steine brauchten komm mal hier einfach alles mal ein bisschen mit so ich glaube jetzt haben wir auch mehr oder weniger alles irgendwie so in der Hand und dabei was geht ne Nägel und Ziegel ne fährt mir grad noch ein hat ich hier noch Nägel drin jo äh Ziegel hatten wir gemacht aber bearbeiteter Stein da können wir gleich nochmal paar machen komm mal her so T-Upgrade zzt sehr schön so haben wir das bis da nämlich auch zu dann können wir weiterhin hier schön stehen drauf schießen das ist in Ordnung dann müssten wir jetzt äh komm wir ja erstmal mal hier sortieren wir räumen jetzt einmal ein ganz bisschen aus die Felsbrocken eben raus Eisenerz kann einmal kurz raus Kalkstein kommt raus kleiner Stein die Stücke Eisen Baumstämme kommen da hin ach guck mal hier wir haben ja noch was nach Samen noch mehr Baumstämme Holz obwohl Holz das hatte ich immer in dem anderen ne Holz bearbeiteter Baumstamm und so und Krimskrams kommt das auch wieder hier rein da haben wir das wenigstens so beisammen so Batz nochmal wieder sortieren hier dann haben wir den Tierkram das kann einmal kurz hier rein die Knochen Felle Federn so 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 jetzt sieht das ganze auch schon langsam ein bisschen aufgeräumt da aus du nicht Zement haben wir auch noch hier so guck an so jetzt hier essenstechnisch falsche Küste Batz Batz komm mal her das das und das und das so craften geröstete Schweinefleisch hier zack gerösteter Vogel das bringt der Kondition plus 10 Wurst jetzt das können wir noch alles nicht äh machen wir die Beine auf jeden Fall hier noch eben geröstete Vögel kommen wir machen wir auch ein paar da zack du da hin so da hin Fleisch da rein kleines Fleisch da rein sehr schön das ist jetzt ne Geflügel auch noch nicht so das ist geröstet das ist geröstet und das ist geröstet und das ist die Wurst okay so Kranken haben wir da noch was komm mal hier ein paar hier weg komm mal hier wir können gleich mal ein paar Ranken hier nochmal ausnehmen da tun wir gleich nochmal ein paar Stöcker vom machen beziehungsweise Äste heißen sie aber dann haben wir da auch nochmal ein paar weg haben wir auch so viele von halt die falsche Küste so Batz die da mit hin sehr schön so Gewehrpatron war das hier? ne dann war es hier da dafür brauchte man Eisenbahnen, Kupferbahnen und Schießpulver Schießpulver haben wir zack zack die mit die mit haben wir hier noch Eisenbahnen äh Eisenbahnen, Kupferbahnen müssen wir aber auf jeden Fall welche machen komm her also Kupferbahnen acht Stück Eisenbahnen ab bam so dann können wir hier jetzt Gewehrpatron wir machen waren so vier Stück vier mal 20 machen wir mal 100 Stück erstmal 100 Schuss wir könnten einen noch ein ganz bisschen hier so guck mal hier so sehr gut die wieder rein du kommst nicht hier rein du kommst da aber rein du kommst da hin du kommst da hin so sieht doch schon besser aus wann hat der jetzt 36 34 äh 24 34 okay äh ach eine Ranke auch cool so Bolzen Stück Eisen zack und Pfeile zweimal hier haben wir hier auch noch ein paar Pfeile für sich könnten wir glaube ich noch ein paar mehr Bolzen machen oder da viel ist es nicht ach jetzt habe ich Pfeile gemacht hm na gut komm so ein paar Bolzen ein paar Pfeile haben wir auch nochmal äh gut so haut ihr so eins erstmal rein hier sehr schön so jetzt sind wir da oben schon mal wieder überall auf Max ok ja gut ihr Lieben ich würde sagen 23 Uhr die Horde steht unmittelbar bevor wir werden sie in der nächsten Folge hoffentlich erfolgreich bekämpfen in diesem Sinne bis dahin ciao 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 bis runners bis